Ha, es geht los, wir sind auf Sendung. Oh, es geht los. Und damit wollen wir eigentlich nur kurz sagen, dass es unser Live-Programm Bauchlandung nun endlich auf DVD gibt. Das ist schön. Und damit endlich die Möglichkeit, ganz bequem nach Rio de Janeiro zu fliegen. Richtig, vom Sofa aus zu Hause ganz bequem Richtung Rio. Ja, mit der verrücktesten Fluglinie aller Zeiten. Ja, und mit dir an Bord als Chef-Stewardess und jede Menge verrückte Gäste noch dazu. Ja, wo gibt's die DVD? Na, wo es die DVD gibt? Bei uns im Online-Shop auf www.pierre-ruby.de. Ja, sichert euch jetzt euer Exemplar und dann geht's los. Ready for take-off. Und weißt du was, Amanda, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal direkt in den Flieger rein und gucken uns ein paar Ausschnitte an, okay? Okay, auf geht's. Viel Spaß. Ah ja! Amanda! Ja! Amanda, das ist der Thomas. Der Thomas! Ich bin Single. Ja, ja. So, er womöglich nicht. Beruhig dich jetzt bitte einfach. Ja, ja. Ach, ist das schön. Dann muss ich gleich aufs Klo. Hör auf, ja. Ja, ja. Bitte. Nacht ist Gedudel aus. Ja, jetzt komm, beruhig dich. Ja. Hallo? Hallo, Stimmung! Ja. Ja, guten Abend. Hallo! Herr Esel. Ja! Stimmung! Ja, bitte. Es ist eine spezifische Frage. Stittifisch? Hör mir einfach zu. Du, eine spezifische Frage. Stittifisch? Amanda, eine spezifische Frage. Stittifisch? Gott, ist das bescheuert. Hör auf, ja. Ja. Ich mag die beiden. Ich schau dich so gern im Fernsehen an. Es ist einfach phänomenal. Was hast denn du gemacht? Ich hab mich ein bisschen umgezogen. Ich hab mich ein bisschen frisch gemacht. Ich hab mich schick gemacht. Nur für dich? Hör? Stittifisch! Yes! Verarschen kann ich mich selber sagen. Ja, jetzt komm, bitte. Nicht, nein. Wir sind an einer Wolke hängen geblieben. Nee. Doch, plötzlich hat es an der Tür geklopft. Nein. Du kannst einfach rauskommen. Stell dich doch einfach mal vor. Hilfe! Du sollst einfach rauskommen. Sag mal, was hast du denn jetzt für einen Anfall? Der weiß, was ich mein. Was? Amanda? Und ich mach das so lang, bis du kommst. Und ich hab Zeit! Du bist immer noch Single. Sie sind doch gekauft. Absolut was für die Bauchmuskeln. Man kann viel lachen, fast zu Tränen gelacht. Das ist einfach genial. Super. Ganz gut. Also richtig begeistert. Die Amanda ist klasse. Pierre-Ruby ist super. Also ich will auf jeden Fall die DVD auch kaufen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und bis auf ein Wiedersehen. Dankeschön! Danke. Und wir sind zum, were öfter seeing aus. Danke. 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 夠 mês. Youth rock.